Ich bin der Jonas Wörle und bin Schauraum-Berater im Elements Beta Studio Tummelzahn. Elements ist das Beta Studio für den Installateur auf 1000 Quadratmeter. Beratung und Planung wird mit der Endkunde ausgeführt. Die Gesamtabwicklung erfolgt dann über den Installateur. Einer der neuesten Trends ist der nahtlose Übergang vom Bad zum Wohnbereich. Besuchen Sie uns von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und am Samstag 9 bis 12 Uhr. Und heuer erstmals auf der Haus- und Baumeisse in Ried in der Halle 19.